hallo und herzlich willkommen hier zum end heute im bett rüsten aufwärmphase vorbei jetzt geht es um die wurst hoxie waffles alle im gegner richtigen team an ein videos gesehen hat weiß dass das nicht vorteil ich glaube ich habe noch gekillt ich glaube ich habe noch gekillt ist ja noch nicht wieder kommt schon her ihr baggerluten treibt euch rum ich habe ein basecam oder das ist doch hier im rücken ich habe mich gezogen bekommen ich habe mich hier rein ich nehme mal eine kürzige stohle das muss doch mein mädchen ich bin nicht in ruhe ich bin nicht in ruhe ich bin nicht in ruhe ja ja oh kopf der ist fast gemässer aber nein nein sie musste ja sich just wegdrehen der moment ich bin bei den schießen schön cool ey da muss sich gleich kommen Nein, ich war aber auch nicht mit anderen beschäftigt. Tun aber für einen guten Camper. Oh, auf der Bude. Ich hoffe, sie kommt jetzt runter. Ach, das war schon der nächste, der sie da oben breitgemacht hat. Oh, das ist nicht mehr. Oh ja! Ich hab mich nicht mehr aufgelenkt. was das war schon das war eine schnelle runde aber naja ja ich bedanke mich an euch das dabei gemacht und ich bin letzter platz bei den anti terror einheit naja okay das ist dann mal so ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal auch wieder dabei seid wenn euch das video gefallen hat lasst mir ruhig einen daumen hoch da und ich sage einfach und tschüss